. Hallo, süßer Hintern! Denise Cappé mit Gravis Sohn Traute x 27, Baby drückt im Bauch Ihr wachsender Babyboy macht sich bei Denise Cappé mit Gravis es langsam so richtig bemerkbar. Die einstige Bachelor-Kandidatin ist derzeit in der 22. Schwangerschaftswoche. Nach der tränenreichen Trennung von ihrem Ehemann Pascal zeigt sich die werdende Mama inzwischen immer glücklicher mit ihrer runder werdenden Kugel im Netz. . Dass ihr Minischatz schon jetzt einen starken Willen hat, bekam die Brünetten nun wortwörtlich zu spüren Ihr Söhnchen drückt Denise seinen Po in den Bauch. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Berlinerin jetzt einen niedlichen Schnappschuss ihrer üppigen Kugel. . Liebevoll schreibt sie dazu, hallo, du kleiner süßer Hintern und es brennt schon an der Stelle und drückst du dich bitte wieder rein. Mit der nächtlichen Zeitangabe verdeutlichte die derzeitige Single Lady zudem, die Aktivität ihres Nachwuchses raubt ihr den Schlaf. Obwohl die Tattoo-Beauzi und ihr Ex-Schatz Pascal aktuell nicht zusammen sind, wollen sich die angehenden Eltern gemeinsam um ihren Spross kümmern. . So kaufte Denise erst kürzlich niedliche Söckchen mit der Aufschrift I love mum und I love dad. .